Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, stecke ich hinter dem Türchen Nummer 19 und ich bin total aufgeregt und freue mich riesig darüber, dass mich der liebe Michael, Michael sagt schon, der liebe Michael und die liebe Sandra mich zu diesem Kalender eingeladen haben und bin ganz froh, dass ich mitmachen darf, da ich ja noch recht neu bin. Und somit zeige ich euch am besten, was ihr gewinnen könnt. Und zwar, na, hörst du auch was zu sagen? Oh, mein Knuffelchen wollte auch was sagen, ne? Jo, hallo? Und zwar habe ich mir gedacht, vielleicht für Silvester oder irgendwie so, wollt ihr euch vielleicht mal hübsch machen oder so, habe ich euch diese schöne Lidschattenpalette besorgt. Das erkennt man jetzt durch die Folie nicht so gut, aber es sind wirklich sehr schöne Farben. Auf der einen Seite sehr neutral, aber auf der anderen Seite könnt ihr auch gute Smoky Eyes damit schminken. Übrigens, ich habe die Palette auch und die ist super gut pigmentiert, kann ich euch nur sagen. Ja, und damit eure schönen Äuglein auch super repräsentabel sind und ihr keine Fältchen habt oder so, habe ich euch gleich auch die Pflege dazu besorgt. Und zwar von Garnier ist das ein Bio-Antifalten-Augenpflege. Also ich dachte mir, ich besorge das lieber in Bio, weil viele von euch ja sehr darauf achten, was so viele Wirkstoffe drin sind und so. Da sind nämlich jetzt keine Parabene und auch kein Parfitterer drin enthalten und ist auch für sensible Augen geeignet und reich an Mineralien. So, ihr Lieben, diese zwei Sachen habe ich euch besorgt und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ihr freut euch darüber und was ihr alles nur zu tun habt, ist natürlich müsst ihr Abonnent von meinem Kanal sein und am besten hinterlässt ihr mir ein Kommentar unter dieses Video, was ihr jetzt am Weihnachten an Speisen habt. Also jetzt nicht Rezepte oder so, sondern einfach am besten vielleicht euer Menü oder so. Was speist ihr am liebsten am Heiligabend? Ja, das würde ich schon gerne wissen. Und ja, ansonsten war es das eigentlich schon. Alles zum Rechtsweg und die ganzen Regeln und was weiß ich. Das wird unten in die Infobox reingeschrieben. Und ja, ich sage mal, heute ist der 19. Bis wann soll denn das gehen? Bis zum 29. Bis zum 29. 23.59 Uhr geht die Verlosung. Bis dahin könnt ihr jeweils einen Kommentar unter dieses Video hier hinterlassen und es wird dann per Zufallsgenerator ausgelost. So, ich wünsche euch bzw. wir wünschen euch frohe Festtage bis dahin und schaltet natürlich auch bei meinen restlichen Videos ein. Bye, bye!